Servus, ich bin der Markus Reiterberger, Rennfahrer in der Superbike EDM vom Team Fanzo und Remea BMW. In diesem Jahr konnten wir mit der Doppel-R die Meisterschaft gewinnen. Nach der gewonnenen Meisterschaft habe ich mir etwas Besonderes einfahren lassen. Mein Helm von BMW Helmetz, den verlos ich. Der Helm ist mit Spezialdesign 2015 von TorGrafx besprüht, mit dem ich auch in Missano bei der World Superbike an den Start gegangen bin. Und der Helm hält richtig was aus, hat immer Glück gebracht und hat immer Spaß gemacht damit zu fahren. Unter anderem gibt es noch zwei Tickets und Catering und einen speziellen Blick in die Box hinter den Kulissen am Hockenheimring. Ich möchte sammeln für einen guten Zweck und den Erlös möchte meinen ehemaligen Kindergarten, Kinderstadel in Liederling spenden. Genaue Teilnahmeinfos gibt es in der Videobeschreibung und es würde mich freuen, wenn möglichst viele mitmachen, wenn jeder Betrag zählt. Wir sehen uns an dem Hockenheimring. Servus bis noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.